Das Thema Sexualität und ich, da muss ich nochmal wiederholen, dass ich in Polen aufgewachsen bin, neun Jahre lang. Ein Land, das sehr katholisch von der Kirche regiert wird, bis heute würde ich behaupten. Ein Land, in dem die Männer an der Macht sind und die Frauen, ich muss es jetzt wirklich krass ausdrücken, am Herd standen, gekocht haben, geputzt haben, auch noch für den Mann gearbeitet haben, drei Kinder zu Hause hatten. Und so ist meine Oma aufgewachsen. Also meine Oma hat ihre Kinder geliebt und ihren Mann auch. Es war aber alles nicht einfach. Die Frau hatte eben gewisse Aufgaben zu erfüllen. Meine Oma war aber eine sehr unabhängige, sehr starke Person, meine Mama auch. Auf der anderen Seite haben sie nicht das gemacht im Leben, was sie wollten. Ich bin so die erste Frau in unserer Generation, die gesagt hat, ich mache das, was ich will. Ich stehe zu mir, ich stehe zu meiner Sexualität, ich stehe zu meinem Leben, meinen Träumen und die erfülle ich mir. Und ich bin unabhängig von einem Mann. Für mich ist Sexualität etwas sehr Pures, Reines, was mich persönlich sehr entspannt. Ich brauche keinen Yoga, ich brauche keine Meditation. Sexualität, Sex ist etwas, was mich wahnsinnig entspannt. Im besten Fall lasse ich mich zu 100 Prozent auf meinen Partner ein. Ich schenke ihm hundertprozentiges Vertrauen. Als Frau öffnet man sich, ja, also auch im übertragenen Sinne und lässt jemanden rein. Das ist ja symbolisch sehr, sehr intensiv. Also eine Frau, die jemanden reinlässt in ihr Universum, also eine Frau entscheidet das am Ende des Tages, ob sie Sex hat oder nicht. Das entscheidet nicht der Mann. Das ist auch, da erhofft ihr euch was Falsches, ihr Männer. Wir Frauen, wenn es auf freiwilliger Basis natürlich ist, wir lassen die Männer rein. Ich kam nicht damit klar eben in dieser katholischen, polnischen Erziehung, dass eben der Mann machen durfte, was er will. Und er ist immer der coole Macker und der super Typ. Und die Frau. Meine Mama zum Beispiel war nicht verheiratet, als sie mit mir schwanger war. Mein biologischer Vater und meine Mutter waren nicht verheiratet. Und damals war das in den 80ern, also ich bin 80 geboren, noch in den Ende 70ern, war das trotzdem ein Thema in einem kleinen Ort. Wer ist der Vater? Hat meine Oma zum Nachbarn gesagt. Geht dich einen Scheiß treckern. Entschuldigung, hat meine Oma gesagt. So. Das war ein Tabu, unverheiratet schwanger zu werden. Für mich war das einfach irre alles. Ich dachte, ich konnte es nie akzeptieren, dass Männer und Frauen nicht die gleichen Rechte haben. Heutzutage wird eine Heidi Klum kritisiert dafür, dass ihr Mann jünger ist, dass sie einen jüngeren, ich weiß nicht wie alt er ist, 10 Jahre jünger, 15 Jahre jünger, 20, weiß ich nicht. Was soll das? Ich habe letztens gehört von jemandem, dass Heidi Klum keine gute Mutter ist, weil sie einen jüngeren Mann hat, weil sie sich halbnackt auf Instagram zeigt, weil sie so ein Leben in Saus und Braus lebt. Das geht gar nicht. Das ist unmöglich. Wir haben die gleichen Rechte, egal ob Mann oder Frau oder wer auch immer man ist. Wir haben aus der Sexualität ein Tabuthema gemacht. Ich frage mich, warum gehen wir mit unseren nackten Körpern nicht liebevoll um, nicht nah um, nicht intim, bewundernswert, sondern eher das Beispiel, dass mit Pornografie und Sexarbeit so viel Geld gemacht wird, aber offiziell Sexualität ein Tabuthema ist. Das ist für mich, das verstehe ich einfach nicht, diese Doppelmoral verstehe ich nicht und ich kämpfe gegen eine Doppelmoral an. Alles, was um mich herum passiert und habe festgestellt, dass viele Menschen einfach nicht glücklich sind. Sie sind nicht glücklich. Ich kenne ganz viele reiche Menschen, wunderschöne Menschen, die nicht glücklich sind. Ich kenne viele arme Menschen, ich bin viel gereist, habe Menschen in Afrika erlebt, die sehr arm sind, die nichts haben, die sehr glücklich waren, den Umständen entsprechend. Und da kommen wir wieder auf mentale Gesundheit zurück. Das, was in uns selbst passiert, in unserem Kopf, wir sind ja 24 Stunden in unserem Kopf drin. Man kann Gedanken nicht ausschalten. Vielleicht eventuell bei der Meditation, in der man ein zeitiges, ja auf Zeit beschränktes Nirvana erreicht, in dem die Gedanken einfach mal frei sind und man nicht unter Druck steht. Aber ansonsten ist der Kopf und die Gedanken ganz wichtig. Das heißt, sind es positive Gedanken, die man hat? Sind es negative Gedanken, die man hat? Man sagt oft, man ist sein eigener größter Feind und das sind die Themen, mit denen ich mich sehr tief beschäftigt habe. Und heute im Alter von 41 Jahren möchte ich einfach meinen Mitmenschen was zurückgeben. All das Glück, was ich hatte, beruflich oder privater Natur, möchte ich teilen. All meine Erfahrungen, die mir als Teenager zum Beispiel peinlich waren früher, sehe ich heute als Frau, als Lektionen, als Erfahrungen, die ich gerne, vor allem jungen Frauen natürlich, mitgeben möchte, um ihnen das Gefühl zu geben, ihr seid nicht alleine. Ich habe das auch erlebt. Ganz viele Menschen haben das erlebt. Wir sind nie alleine und man fühlt sich oft einsam im Leben. Und das sind die Momente, in denen Menschen Entscheidungen treffen, sich das Leben zu nehmen zum Beispiel oder kurz davor sind. Das muss nicht sein, weil morgen ist ein ganz, ganz anderer Tag, ein toller Tag und die Sonne scheint wieder. Und diese Erfahrungen möchte ich einfach gerne mittlerweile teilen. Das ist mir wichtig. Für Frauen ist es ganz wichtig, eben, finde ich, sich gegenseitig einander zu unterstützen, in ihrem Dasein, mit der Sexualität offen umzugehen, für sich zu sagen, ich habe Lust auf Sex, ich genieße Sex. Ob ich mich jetzt bei Tinder anmelde oder nicht, ob ich One-Night-Stands habe oder nicht, ob ich eine Monogame oder Polygame, Ehe oder Beziehung führe. Das muss jedem, jedem wirklich selbst, also das muss für jeden, das muss jeder für sich selbst entscheiden.